Herbert, dreh dich einmal kurz um. Jetzt gibt es Herbert Rasker, Sprechchöre auch von den Fans da unten. Also in der ersten Hälfte waren wir sicherlich noch dominanter, hatten auch mehr Chancen, aber war das auch vielleicht clever, ein bisschen zurückgeschaltet, nicht zu viel riskiert, mal schauen. Ja, das auf alle Fälle, aber man muss natürlich auch eines dazu sagen, im Kopf sollte eigentlich dann sein und jetzt alles unternehmen, das zweite Tor zu schießen. Das sagt sich so leicht. Das Stärkere ist immer, dass dir sagt, wir dürfen keines bekommen. Das ist das Erste, weil wir sind ja eins vorne und zwar hat die Mannschaft vielleicht ein bisschen weniger dynamisch gespielt, zweite Halbzeit. Und ja, deswegen haben wir auch kein zweites Tor erzielt.